Wir sind zurück und jetzt gibt es eine Neuigkeit, die die Petros-Fans sehr glücklich machen wird. Bevor wir jedoch diese Neuigkeit erfahren, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und verfolgt die aktuellen Nachrichten von unserem Borussia. Die Fans sind begeistert, denn Borussia Mönchengladbach ist entschlossen, Julian Weigl trotz des Endes seiner Laie vom Benfica in seinem Kader zu behalten. Der Sportdirektor des deutschen Klubs, Roland Wirkus, gab bekannt, dass das Team kreative Lösungen erforscht, um den talentierten Mittelfeldspieler zu sichern. In einem Interview mit Dazon sagte Wirkus, dass Verhandlungen mit Benfica im Gange sind, um eine für beide Seiten praktikable Lösung zu finden. Er lobte Weigls Leistung im Team und bezeichnete ihn als wichtigen Spieler für den Erfolg von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison. Weigl hat bisher in 27 Spielen eine wichtige Rolle im Mittelfeld des deutschen Klubs gespielt. Seine technischen und taktischen Fähigkeiten haben ihn zu einem begehrten Spieler auf dem Transfermarkt gemacht, aber Borussia Mönchengladbach ist entschlossen, ihn zu behalten. Das deutsche Team hat hart daran gearbeitet, die Kontinuität des Spielers im Kader zu gewährleisten, da er von großer Bedeutung und Potenzial ist. Die von Wirkus erwähnte kreative Lösung könnte der Schlüssel sein, um Weigl bei Borussia Mönchengladbach zu halten. Diese Nachricht wird die Fans des deutschen Klubs sicherlich begeistern, da sie die Möglichkeit haben, einen ihrer wichtigsten Spieler im Team zu behalten. Da sich die Saison dem Ende nähert, ist es wichtig, Stabilität im Kader zu gewährleisten und weiter hart zu arbeiten, um die definierten Ziele zu erreichen. Jetzt bleibt abzuwarten, welche kreative Lösung Borussia Mönchengladbach finden wird, um die Verpflichtung von Julian Weigl zu sichern. Die Fans und das Team sind gespannt darauf, weitere Details zu erfahren und hoffen, dass alles so schnell wie möglich gelöst wird, damit sie in der nächsten Saison auf den talentierten Mittelfeldspieler zählen können. Und was denken Sie, sollte Borussia Julian Weigl im Team behalten? Schreiben Sie Ihre Meinung! Eine herzliche Umarmung!